Peta Putti Asana, wörtlich der verletzte Korb, ist eine Variation von Chakrasana. Lege auf dem Rücken, strecke die Arme nach hinten aus, gebe die Hände auf den Boden, beuge die Knie, gebe die Fußsohlen auf den Boden, dann hebe Becken und Brustkorb, hebe auch die Fersen hoch und wandere mit den Händen Richtung Zehen. Und wenn du mit deinen Fingern die Zehen fassen kannst, dann ist es Peta Putti Asana. Wenn dir es gefällt, klicke schnell auf Daumen hoch oder gefällt mir, teile die Sendung mit anderen. Dann, Fabian, Eduard hinter der Kamera und Sukadev wünschen dir viel Freude und auch gute Fortschritte bei deinen Asanas.